Ich kann kaum reden, so spannend ist das. LOL Aim, verlass mich nicht! Einen Kill oder so! Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen FFA Freitag. Und ja, diesmal ist die SKA dran. Ah, das könnte ziemlich kritisch werden. Weil hier unter anderem auch ein Clan gerade drin ist. In frei für alle, also sehr geil, ein Clan in frei für alle. Und ja, SKA ist an der Reihe, die habe ich auf Gold erspielt. Ich habe direkt gesehen, dass die Waffe gewinnt. Deswegen habe ich die auf Gold erspielt. Ja, weil die hat halt wirklich sehr schnell Kommentare bekommen. Ich denke mal, dass als nächstes die M27 oder so dran ist. Muss mal schauen. Also auf jeden Fall keine AM94 oder SKA mehr reinschreiben. Also müsst ihr euch eine andere Sturmgewehrwaffe aussuchen. Au. Und ja. Zeig dich. Das ist eine ziemlich starke Kombo, finde ich. Also ich habe Schalldämpfer drauf, schnell ziehen und den Schaft. Also ich finde das wirklich sehr gut. Mit dabei habe ich die Drohne, Konterdrohne und den Loadstar. Also ich finde es ziemlich schwer, den zu erreichen in FFA. Also ich hatte den jetzt in Hauptquartier. Äh ne, nicht Hauptquartier. In links hatte ich den. Nein, C4, du bist doch der größte Lappen. Also ich hatte den jetzt sau oft gehabt in Team Deathmatch. Da hatte ich den 34 zu 1 mit der SKA H, also schon sau gut. Und... Oh nein, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich hoffe keiner spawnt hinter mir. Hihihi. Ja. Ähm. Und auf jeden Fall, ich habe so oft Loadstar hinbekommen, aber Freifall ist das halt echt nicht so leicht. Eben hatte ich ein Gameplay, das ging total in die Rose. Aber naja, was soll's. Ähm, jedenfalls, ähm, Unboxing zu meiner Rocket Maus wird nicht kommen. Ganz einfach, da mir die Maus weh tut. Also das tut teilweise total weh, wenn ich etwas länger zocke. Und deswegen werde ich die Maus wieder zurückgeben. Und, äh, hab mir wieder eine Razer bestellt. Dann werde ich wahrscheinlich von der ein Unboxing machen. Und, äh, Review. Aber nicht von der jetzt, weil die ist zu klein und keine Ahnung. Äh, vielleicht sollte Rocket mal die Rocket Cone Pure in einer größeren, äh, Ausführung machen. Also, ähm, die Rocket Cone XTD, die soll angeblich irgendwie 9% größer sein. Aber, äh, ich find, die sieht jetzt nicht so Hammer aus. Und, ja, wär ganz cool von Rocket, würden die das mal machen. Aber werden sie sowieso nicht machen. Aber was soll's. Ähm, bin ich wieder bei Razer. Ich hab sowieso, äh, mein, äh, Keyboard, also meine Tastatur ist von Razer. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwann auch noch ein Razer Headset zulegen. Ein Mauspad ist sowieso von Razer. Und dass ich da so voll, äh, ausgestattet bin mit Razer Zeug. Äh, mich hat sogar Razer gefragt, ab wann die sponsern. Also, ich hab natürlich nicht irgendwie geschrieben. Jo, Leute, wie sieht's aus? Hier bin ich. Ihr habt bestimmt auf mich gewartet. Jetzt könnt ihr mich sponsern. Also, ich hab halt wirklich nur gefragt, wie's aussieht. Ja, da wollte er mich mit seinem C4 abwerfen. Also, das ist doch mal ein toller Spawn in Call of Duty, oder? Okay, die Map ist nicht groß, aber auf jeden Fall genug Platz, dass nicht einer hinter einem spawnt. Sowas muss nicht sein. Nein! Ja, einmal gedreht, jawoll. Der hat sogar ein Razer Emblem. Ja, jedenfalls war ich im Video von Danny, also Danny Burnage. Und, ja, der hat kurzfristig ein schnelles Gameplay gemacht. Und, ja, da hat er relativ verkackt. Also, der ist halt nicht, äh, der ist noch ein bisschen neu am PC, sag ich mal. Und da war ich zufällig mit einem Clan-Member von mir drinne. Also, das war frei für alle. Und dann war ich in der Kill-Camp zu sehen, zum Schluss, wie ich ihn gekillt habe. Und, äh, in meinem Emblem sieht man halt YT-Alpha-Core. Das sind die meisten bestimmt. Und dadurch habe ich mehrere Abonnenten bekommen. Ganz lustig irgendwie, dass ich da dann in dem Video von ihm war. Ah, stirb. Und, gewonnen. Und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde. Bis gleich. Mach das nicht auf YouTube, man ist Tets in Scheiße. Egal. Keine Chance gehabt. Nein, bitte nicht. Doch, doch, ihr kommt alle auf YouTube. So, jetzt sind wir hier auf, ähm, ja, Nuketown. Es kann ziemlich komisch werden, gerade mit einem Sturmgewehr auf dieser Map. Nicht immer ganz so geil. Jedenfalls, äh, die Leute, die eben in der Lobby waren, das war ja dieser eine Clan und noch so ein anderer. Die waren alle deutsch. Die sind jetzt rausgegangen. Wir wollten nicht, dass ich das auf YouTube mache. Meinte der eine jedenfalls, weil er irgendwie, meinte er, er hätte verkackt. Aber, das tut mir leid, falls das eine von euch sieht. Das kommt auf YouTube. So, mal gucken, wie ich hier jetzt abschneide. Ich habe die Lobby gewechselt, weil die andere, die lief überhaupt nicht mehr. Gibt echt zu wenig Spiele auf dem PC. Ah. Ja. So, jetzt beginnt das Noom hier. Ein Lotser, der, der wäre doch mal geil. Hier jetzt in frei für alle auf hijacked. Ähm, Nuketown. Ja, du musst schon schießen, Kollege. Ja, okay. Nein. Nein. Bitte nicht. Lol. Ui, jo. Scheiße. Ich kann kaum reden, so spannend ist das. Lol. AIM, verlass mich nicht. Einen Kill oder so. Jo, Lotster, Junge. Junge, Lotster, Alter. Lotster auf hijacked. Ich habe zwar jetzt übel abgenoobt, aber totally worth it, Alter. Ja, willst du ran? Hä? Willst du ran? Ah. Noob. Noob. Skrupellos. Junge, hier läuft die Runde. Jetzt ist mir scheißegal, ob ich sterbe oder nicht. Woah. Scheiße, Mann. Jetzt muss ich mich irgendwo einkämpfen. Alter. Wenn das... Wenn das ein 30-0 gibt, Junge. Fick die Henne. Fick die Henne. Woah. Boah. Also jedenfalls wollte ich noch sagen, dass ich echt Glück hatte, dass ich bei Danny Burnage im Video war. Habe ich jetzt halt schon gesagt, aber einfach nur mal so gechillt eine Runde gezockt und dann auf einmal mit ihm da in der Lobby. War schon lustig. Und ja, ich habe jetzt auch Kontakt zu Subprime gehabt. Vielleicht kennt den jemand von euch. Also 66.000 Abonnenten. Also ist schon nicht wenig. Und es ist schon heftig zu jemanden in dieser Größe Kontakt zu haben. Vielleicht mache ich mal ein Video mit ihm. Ich weiß nicht, ob er das mit mir macht. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Mal gucken, was sich da so ergibt. Und auch den Benny von Two Epic Buddies habe ich mal kurz geskypt. Also wirklich sympathische Typen. Ah schade, ich bin gestorben. Auf jeden Fall werde ich jetzt gucken, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Jedenfalls wirklich geil. Also das 30-0, das hätte jetzt alles zum Eskalieren gebracht. Und jetzt hier der letzte gleich. Komm, komm, komm. Ja. GG. So, also wirklich geil. Also wenn ihr bewerten und kommentieren würdet, wäre das natürlich Hammer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Also wenn ihr extra habt. Es zap directors Genau hier. Tschüss.